jetzt mal das ding her setzen das was man die zwei sachen hierher bringen motion pausen zwischen dem bauen okay das steht wenn ich jetzt sage was braucht man jetzt noch jetzt braucht man noch ekg und und bett und das ist medizin medizin ist das das bett jetzt hier herstellen wie groß ist das ekg hier in die ecke stellen das bett einfach hier daneben oder dann das ist würde wohl definitiv ausreichen schmal und eng aber es würde auf jeden fall ausreichen was wir aber gleich noch tun können ist während die das umsetzen ich nehme ich das hier zell und dass wir praktisch den gang erweitern jetzt daher alles reingeräumt ist können wir da tatsächlich diese mission abschließen moment und zwei mission gehabt wir können beide abschließen sehr schön gibt doppelt geld ein fein fein so drücken wir noch mal auf pause und gucken mal wie es jetzt hier aussieht ist hier noch kein tag vergangen dann haben die den feierabend wir haben schon 20 uhr freunde okay das ist ein krankenhaus da ist es muss ja immer besetzt sein immer besetzt aber wenn das stündlich schon noch zwei prozent hat dann hat das täglich wahrscheinlich auch unter zwei prozent immer noch das ist im prinzip müsste ich definitiv noch einen weiteren raum da hinsetzen denke ich also weiteres office wie viel geld haben wir noch 12.800 sollte auf jeden fall für ein weiteres office reichen ich möchte erstmal den tag abwarten das ja schwenkt der das on the fly ab richtig nicht ohne dass noch keine 24 stunden unterwegs also existiert man steht immer noch nicht da aber wenn ich okay moment entscheidung getroffen wir wir bauen auf jeden fall noch erst wir gucken erstmal hier rein was was ist denn hier los wir brauchen ein bisschen reputation haben wir gerade bekommen perfekt hat ja genau gepasst genau richtig geguckt wir bauen hier noch ein noch ein weiteres office ich weiß ich wollte hier eigentlich gang hinsetzen wir bauen hier noch ein viertes sind den gang bauen wir dann hier oben hin vielleicht können wir hier noch was dazwischen packen die gänge dann miteinander verbinden wäre natürlich auch eine feine sache so dass wir gleich die tür rein und dass wir den gang dann hier zu machen dass wir hier noch irgendwas rein ist vielleicht noch einen zweiten vielleicht braucht man irgendwann einen zweiten ekg raum wäre auf jeden fall nett würde ich sagen wäre nett aber hier die waren auch zu viel besetzt war das nicht irgendwie so im moment und auch voll im stress mit 102 prozent ja da bräuchte auch ein zweites teil oh je richtig ins geld gehen wir bauen es genauso und ja bitte rein da müssen wir halt aufpassen wie man dann die möbel setzen oder banden oh je alles kriege ich mal hin wir sind zu gut um es nicht hinzukriegen definitiv sind wir zu gut um das nicht hinzukriegen und wir haben eine mail bekommen sehe ich gerade was ist unsere mission wir brauchen ein wc scheiße irgendwas ist doch immer ich glaube das wc baue ich hier hinten dran weil hier haben wir ja die richtigen maßen können wir hier vielleicht einen kompletten ja dann führt der gang aber uns nicht so oder wenn wir hier unten noch einen gang hin machen warum wir drüben was anbauen wollen wir haben das auf jeden fall tun müssen das sollten wir schon mit einberechnen das sollten wir für später trotzdem mit einberechnen denke ich okay halt der raum ist fertig wir haben noch eine mission ich habe auf pause gedrückt wir sind wieder gefeuert meine güte ich habe keine ahnung wer das ist ich weiß nicht was diese e-mails sollen vielleicht sind sie bloß platzhalter was sind das die habe ich doch schon gehabt ach weil wir pause gedrückt haben jetzt ist es weg okay äh einrichtung wir brauchen noch wieder einen desk wir brauchen einen chair wir brauchen einen zweiten chair aber einen office chair so und wir brauchen glaube ich noch einen doktor wie viele ärzte haben wir haben wir drei oder vier wir haben nur drei wir brauchen tatsächlich noch einen für den neuen raum hier der ist gut sehr schön fein 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 äh wc eigentlich wären wc in der mitte viel besser oder eigentlich ja aber das machen wir nicht wollen das wc tatsächlich hier drüben hin wir haben ja noch ein bisschen geld jetzt müssen wir nur aufpassen also theoretisch moment wir könnten ja hier schon den gang fertig machen das wäre auf jeden fall zu kurz jetzt machen wir einen dreier gang draus falls wir da noch irgendwelche stühle hinstellen vielleicht ein bisschen rüber machen das hier her setzen das hier ist auf jeden fall noch ein ding das hier ist auf jeden fall noch ein ding also modus ist gut das heißt den können wir hier verkaufen den können wir hier verkaufen den können wir hier verkaufen den hier das ist einfach nur damit ich hier selber eine struktur drin habe den 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 der war die muss auf jeden fall nichts ich weiß das die müssen nicht dahin verflucht mach ich baue schon wenn es Ich baue schon Mist, es geht schon wieder los. Der muss weg. Der muss weg. Also ich weiß, dass hier der Gang, dass er hier nach oben gehen soll. Hier soll er weiter in die Richtung gehen. Und eigentlich soll er auch hier in die Richtung gehen. Aber das werden wir merken, dass hier, die müssen wir dann langsam verkaufen. Sell. Sell. Das hier muss nicht gebaut werden. Verkaufen. 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 Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich weiß jetzt nicht, was ich noch nicht verkauft habe. Das hier wahrscheinlich noch nicht. Verkaufen. Verkaufen. Warten wir erstmal ab. Das, was übrig bleibt, nehmen wir dann noch weg. Lassen wir die Jungs erstmal bauen. Oh, wir haben hier keine Kohle mehr, sehe ich. Oh, oh, oh. Was haben wir noch für Missionen? Das WC müssen wir bauen, richtig. Das wollte ich hier dran setzen. Dafür reicht die Geld, die Geld reicht nicht. Das Geld reicht dafür nicht. Gut, da müssen wir halt noch ein bisschen warten. Fakt ist, wir haben jetzt hier noch ein weiteres, äh, Doktor Office. So. Wir haben jetzt noch einen weiteren Arzt. Ist gut. Ich muss mal kurz auf Pause drücken. Und mal gucken. 90 Kapazität, 12 haben wir. Ich brauche, glaube ich, noch ein paar Stühle. Was kosten die? Könnte langsam aber sicher eng werden hier. Ganze Schose. Aber wir müssen halt vorbereiten. Wie steht denn hier in der Kiste eigentlich? Ach, wer trägt die weg? Gut. Mauern können wir ja zum Glück verkaufen. Das heißt, da kriegt man vielleicht noch ein ganz kleines bisschen Geld raus. Ja, jetzt ist ja alles wie. Das ist natürlich nicht so prickelnd. Ich glaube, die ist noch nicht verkauft. Das Teil müssten wir hier noch verkaufen. Genau wie das hier. Das hier geht auch weg. Wenn wir das noch nicht gemacht haben, ich weiß es gar nicht. Das Teil hier auch. Genauso dieses Teil hier. Alles muss ja in Ordnung haben. Das geht auch weg. Ich glaube, dann hätten wir die Struktur, so wie ich sie gerne hätte. So in Gangform. Hier könnte der Gang natürlich auch noch weiter nach oben gehen. Aber mir fehlt jetzt einfach das Geld, um das irgendwie umzusetzen. Hier könnte ich glaube ich weiterbauen, weil da fehlt die Tür. Das können wir nicht so lassen. Was ist die Tür? 200, die können wir uns leisten. Zack, Tür eingebaut. Ja, also nicht eingebaut, sondern verordnet. Ich hoffe, die sind so clever und setzen die Tür demnächst. Damit die die Mauer bauen können. Oh, jetzt hat man nochmal schöne Kosten gehabt. Ich kann hier nicht pleite gehen, nur wie ich es übertrieben habe, oder? Weil es schnell gehen sollte. Nein. Nein. Wir laufen hier Doktor frei rum. Hier ist ein Doktor, der frei rumläuft. Eins, zwei, drei. Okay. Warum läuft er da frei rum? Nicht so ein Problem. Keine Patienten. 103%. Wollt ihr mich veralbern? Es wird nicht weniger. Es kommen so viele Patienten zu mir. Wir haben jetzt 20%. Wow. Okay, wir müssen... Oh je, oh je. Ich glaube, dann wird es tatsächlich auch Zeit, dass wir eine Toilette mal hinbauen. Nicht, dass die ja irgendwie in die Räume kacken. Es wäre eigentlich ganz gut, wenn der Arzt hier sich mal bewegen würde. Physical Examination. Physical Examination? Vysische Untersuchung. Untersucht er sich selbst und macht hier einen Lauf, oder was? Physical Examination. Seht das hier irgendwo? Wahrscheinlich unter P. Ist das hier nach Buchstaben sortiert? Nein. Nicht. Ich sehe es nicht. Examination. Physical. Doch hier. Bequise an Examination Room. Wieso wollte der Arzt da hin? Wieso wollte der Arzt da hin? Soll ich vielleicht doch noch im Physical Examination Room bauen? Physical Examination Room war ja... Wo ist er? Wo ist er? Nee, ist ja der normale Examination Room. Ja, den wollte ich ja hier sowieso hinsetzen, ne? Mhm. Und eine Toilette wollte ich hier oben noch hinbauen, aber das Geld. Das Geld ist einfach... Aber das ist ja richtig toller. Das wird ja dann richtig teuer werden, das Ganze. Könntet ihr den Raum mal bitte fertig bauen? Die Wände. Wir liegen so viele Kisten. Soll ich vielleicht noch einen Caretaker holen? Oh, jetzt haben wir jetzt noch zwei E-Mails. Wir sind schon einmal wieder gefeuert. What are you doing? I'm really angry. I spend most of my time waiting while visiting Knochen Mausoleum. Das sind die Patienten, die mir da schreiben. Die finden das überhaupt nicht gut, was das hier läuft. Wir brauchen noch ein Labor. Ja, ich weiß. Verdammt. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Wir brauchen mehr Geld. Okay. Und ein Labor. Wir gucken uns das Ganze mal an. Furnitur. Desk brauchen wir hierher. Wir bauen einfach das, was wir schon haben und was wir bauen können. Chair hätte ich ganz gern. Aber hier schön in die Ecke rein. Office Chair. Das ist schon mal das Wichtigste. Ich glaube, dadurch stinkt auch die Reputation wieder. Aber die Jungs sind alle schwer beschäftigt.